Heute gibt es ein Video für dich, zum besseren Verständnis, weil viele, die gehen davon aus, sie können sich schon gewisse Fragen stellen und wissen gleichzeitig, wie ist denn die Antwort darauf. Aber du kannst dir grundsätzlich keine Frage stellen, wo du selbst gar nicht dazu in der Lage bist, weil du gar nicht weißt, dass man sich solche Fragen stellen kann. Es gibt Menschen da draußen, die stellen sich grundsätzlich immer wieder Fragen, weil sie ganz genau wissen, was ist denn da der Hintergrund, beziehungsweise sie haben es schon gehört, sie haben es gesehen, sie können da auch dieses Verständnis einfließen lassen. Und dann geht da wirklich etwas Großartiges draus, weil wenn du die Antworten auf deine Fragen gleichzeitig auch hast, dann weißt du in dem Bezug, wie du da verfährst und wie du damit weitermachen kannst und wie das Ganze für dich auch großartig wird. Aber nicht, indem du einfach nur denkst, ich weiß ja schon alles, ich habe ja schon alles, ich kann alles, aber wenn du das alles schon wüsstest, wenn das so wäre, dann könntest du dir in diesem Zusammenhang jegliche Fragen stellen und wüsstest in dem Atemzug auch die Antwort darauf. Und dem ist meistens nicht so, weil woher soll das denn kommen? Du kennst nur dein Umfeld, kennst also nur die Person und kennst auch letztendlich das, was jeden Tag so auf dich einprasselt und da müssen natürlich auch diesen Bezug zu. Und der sagt letztendlich, welche Resultate kommen da raus? Und das ist so dieses groß werdende, herausfordernde Licht, was da auf dich einprasselt, wo du dann ganz genau weißt, ich habe etwas gesehen, ich habe etwas gehört, aber ich kann an diesem Anfang, weil wenn es etwas in der Realität gibt, dann kannst du da auch meistens eine Schlussfolgerung ziehen. Aber nichts, was du irgendwie mal so ein bisschen betrachtet hast, aber letztendlich weißt du nicht, wie das Ganze drumherum so funktioniert. Und da muss man sich wirklich dann darauf konzentrieren, was gibt es denn da für Punkte, wo man wirklich da in die Tiefe gehen muss. Und wenn dir das auch mal für dich ein großes, schönes, mehr oder weniger situationsbedingtes Feld ist, wo du auch mit weitergehen möchtest, dann schick mir doch einfach mal eine Nachricht, wo du sein möchtest und wo du dir jetzt noch gerade Fragen stellst und keine Antwort zu findest. Und wir werden dann gemeinsam finden, was es da für Antworten drauf gibt, die dir das dann auch besser und verständlicher machen werden. Und wenn dir das gefallen hat, dieses Video, dann teilt es mit einem Menschen, das hören und wissen es und ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dann.